Mix-Such. Backload. Schön Schappen, den. Der trifft der erste Kollege ein. Teil 2 der üblichen Verdächtigen. Es geht los! Wohin? Frankfurt. New York, oder? Leute, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe die US-Dollar, Baby. New York Freestyle, Part 1. Das sieht unfassbar aus. Das sieht unfassbar aus. Das ist der Friedhof. Der Friedhof sieht heftig aus. Das ist der Friedhof. Das ist der Friedhof. Ja, das ist der Friedhof. Ich kann es nicht mehr überdrehen. Dann hat es das mal nicht testiert, dann haben wir irgendwie so ein Moodboard gemacht mit Stunny und dann sind wir hier. Unser Baby. Ja, wo sind wir heute? Ja, wir sind hier im World Famous Cuts Deli. Ja geil, also wir machen heute den Test Pastrami Sandwich. Wir sehen uns gleich drin. Was findest du so lustig jetzt hier gerade? Wir haben uns ganz spontan entschieden, wir essen doch nicht das World Famous Pastrami Sandwich, sondern The Piece of the Stuckel- und Knobbelwurst. Ja, ich bin Superman. Ich auch. Ich bin Sänger. Ich bin Burger. Day 2 mit Tag 1. Chef am Kuckel. Oh shit. Von The Griddle. Ihr kennt es alle aus den Money Boy Koch-Videos. Auf dem Original Griddle. Alles ein bisschen amerikanischer. Von daher, Money Boy Peached. Das ist der erste Tag in New York. Wir sind gestern angekommen und schon überhaupt nicht hier gesehen. Mako kommt, glaube ich. Dann kommt Mako, das ist eigentlich Montag. Wir gehen nochmal scouten. Jetzt gleich zwei Tage. Gucken, dass wir alles das Video vorbereiten. Das erste Mal in der Metro von New York. Wir haben natürlich wie immer ein Kabel vergessen, ein Thunderbolt Kabel. Und wir haben gedacht, wir gehen mal zum Apple Store. Wir sind hier anscheinend in der Sandwich von New York. Dann gehen wir jetzt mal ein Kabel kaufen, wenn ich sage. Ich denke, wir sind nach Moser gefickt in Times Square. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist kein Stau, wo ich bin. Das ist kein Italienisch, oder? Oh mein Gott. Wir haben Besuch. Ja, Mann. In New York muss man sagen, man trinkt und raucht sehr gut. Und raucht sehr gut. Was ist der Plan nochmal, Loren? Hier, wenn du händen willst, rechts Fahrrad. Wir drive'n. Wir drive'n. Wir drive'n. Ich habe anstrengend, dass ich der Fahrrad, das ist so scheiße, sagte. Ich bin noch nie so ein anstrengendes Fahrradfahrer. Ich sagte mir E-Bike. Wir haben uns geflickt. Wir hätten Rills. Wir haben auf jeden Fall noch was für das Video angefangen. Wir haben auf jeden Fall den Skatepark gecheckt. Wir haben gehofft, dass wir was nachts auf warten und es hat nachts auf. Das ist genau so sieht es hier aus, das ist verrückt. Guten Morgen, wir sind gerade aufgewacht. Tag 3 oder 2? Nein, nicht schlecht. Tag 3, Tag 2,5. Wir gucken uns Dali an. Aber er kräftig klein war, ne? Okay, die erste Futura-Fahrrad-Club. Der erste Aufstuch Richtung Guggenheim-Museum. Nachricht. Das ist gar nichts. Heute in der Sportreportage die Tour de France auf dem Weg zum Gipfel. Es ist halbzeit von der Tour. Wir sind auch immer gut durchgekommen. Ganz geil gemacht hier in New York, dass man so durch die Stadt brettern kann mit den Fahrrädern. Wir sind am Schwitzen. Jetzt sind wir im Central Park angekommen. Schauen wir beim Baseball-Trainings zu hier. Das ist Dali. Das ist Dali. Du machst eine Kote von uns. Wir haben eine heftige Bike-Ride-Session hinter uns. Schaut euch die Wade an. Guck's. Ja, die Wade in der Nation, Digga. Es ist schön, dass die Stadt auch noch ein bisschen Grünfläche und Wasser und so zu bieten. Willst du noch mitnehmen? Ja? Ja. Was machst du hier, Digga? Guggenheim-Museum. Ach, krass. Was haben wir hier? Wir gehen ins Mutze. Das ist von ABN nicht durch. ABN will Kunst drauf begehen. Früher ABN? Okay, zwei Etagen haben wir so langsam geschafft. Das ganze Ding ist einfach so verrückt. Ein Weibler auf einem der türsten Museen, was ich nie gesehen habe. Macht auch noch mal Anlagsspaß zu gucken. Vielen Dank. Mein Gott. Geiles Museum. Geile Bildung. Guck mal in den Babestor. Eines Tages, Waller. Eines Tages. Gehen wir in den Babestor? Oh ja, wir gehen jetzt zum Babestor. 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 Genau hier in dieser Area, direkt am Cinepark, der Babestor ist. Ey, ist das nicht das Hotel, wo Kevin allein in New York gedreht wurde? Ist das der erste Eindruck? Ja, ich bin überwälzigt, nicht? Was machen wir überhaupt hier? Kann man auch. Was machen wir überhaupt hier? Wir überlegen gerade schon die erste Szene von dem Video. Das ist das Setup, Josch kocht dort. Johnny ist da. Ich bin hier. Wo ist mein black pepper, Mann? Wo? Okay? Are you ready? Oh, no. Oh, das ist gut, Patz. Valadios. Fitter Tag, erstmal am Liegen. Wer ist schuld dran? Geh mal die Kamera auf dich. Ja, schön doch. Das ist so, ja. Ja, das ist so, ja. Ja, das ist so, oder? Ja, das ist so, ja.